Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss irgendwo eine Wand sein in mir tragen. Suche nach etwas Ungewöhnlichem, nach etwas Hartem. 20 Dollar Sicherheitskaution, hm? Du schiebst ein Auto schneller als meine Mutter eins fährt. Du benutzt Eis, wie andere Leute Pflaster. Dann rennst du einfach durch Wände. Es tut mir leid, aber so verhält sich kein normaler Mensch. Ich gebe von jetzt an die Befehle. Ich möchte nur essen. Hey, willst du Wann spielen? Sag gute Nacht, Arschloch. Gute Nacht, Arschloch. Die Nacht, Arschloch. Geist ein Auto d99. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020